Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die kleine und die grosse Wäsche offeriert Ihnen grob ein vollständiges Wäschmittelprogramm zu günstigsten Preisen. Wie zum Beispiel die Produkte hier. Das Teddy-Mat, das Doranda und das Teddy-Doos haben sich seit langem bewährt als einwandfreie und schonende Wäschhelfer. Wenn Sie nicht nur sauber, sondern auch noch umweltfreundlich wäschen, bieten sich die Produkte an. Es sind die flüssigen Voll- und Feinwäschmittel von Gobe. Sie haben kein Phosphat und tun darum unsere Gewässer nicht noch zusätzlich belasten. Wenn Sie nicht nur sauber und umweltfreundlich, sondern auch noch sparsam wäschen, achten Sie doch auf die Dosierungsvorschrift auf den Packungen. Und dass sich das Dosieren weitgehend nach der Härte des Leitungswassers richtet, die in der ganzen Schweiz verschieden ist, fragen Sie doch auf Ihrer Gemeinde nach, ob das Wasser bei Ihnen zu Hause weich, mittel- oder hart ist. Joghurt zum Trinken. Die erfrischende Neuheit gibt es seit einiger Zeit bei Gobe. Sie können wählen zwischen den vier abwechslungsreichen Sorten, die je nach Region in den Flaschen oder im Purepack angeboten werden. Eine weitere Neuheit, die vor allem die Video-Amateure interessieren dürfte. Die Videokassette Kodak E180 im VHS-System, die neue Kassette mit einer Spieldauer von 180 Minuten, gibt es rechtzeitig auf die Olympischen Spiele in allen Gobe-Centern. Mit oder ohne Hund in die Ferien, die Frage stellt sich vielleicht auch für Sie in den nächsten Wochen. In Ihrem Gobe-Laden finden Sie darum den Ferienratgeber für Hundebesitzer. Mit vielen Tipps und Ratschlägen für das Reisen im In- und Ausland, das Fütteren, gesetzliche Bestimmungen und weitere Informationen. So, und jetzt schalten wir noch um in die Studioküche zum Gobe-Rezept dieser Woche. Aus dem reichhaltigen Tiefkehl-Angebot von Gobe haben wir heute Dorschfilet ausgesucht. Wir haben die Fischfilet eine halbe Stunde angetauen und in Stück geschnitten. Wir wickeln je eine Tranche Spektrum und legen sie dann in eine Gratinform, die wir mit Säbeln ausgelegt haben. Hier drüber träufeln wir ein bisschen Apfelwein und schieben dann unser Fischgericht in den Ofen. Den haben wir auf 200 Grad eingestellt. Nach 30 bis 40 Minuten können wir unseren Fischgratin mit einem frischen Blattspinat und Salzherttöpfel servieren. Das Rezept, Sie wissen, steht in der Go-Ort-Zeitung. Einen guten! So, das wäre es wieder einmal gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen, die aktuellen Preisschlager. Die Früerschrank Satrap GS12 110 Liter statt 600 Franken nur 525 Franken. Die Früertruhe Satrap GT28 240 Liter statt 675 nur 575 Franken. Und die Früerschrank Satrap GS20 178 Liter statt 700 Franken nur 600 Franken. Bis zum nächsten Dienststück gibt es bei Go-Ort. Alle Go-Ort-Sirup in der 1 Liter Flasche sind jetzt 50 Franken günstiger. 100 Gramm Delikatesse-Fleischkäse jetzt nur 95 Franken. Grillfertige Goldstab-Boulet per Kilo statt 610 nur 94. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag USA-Vitaminreis 1,8 Kilo nur 3,20. Inländische Frühhertöpfel im Netz per Kilo nur 1,95. Auf Wiedersehen.